Kapitel 22 Das Atlantanische Mondfest Das Atlantanische Mondfest war eine Anhäufung von Verkaufsständen, offenen Showeinlagen, talentierter Atlantaner, und stellte eine gute Möglichkeit für die Vorstellung neuer Technologien. Alles unter dem Zeichen des Friedens. Tatsächlich fiel das Mondfest zugleich auch immer auf einen Tag im Jahr, in dem der Mond besonders groß und hell war. Allerdings begann das Fest natürlich schon tagsüber, endete aber auch erst am nächsten Morgen. Wie verabredet trafen wir drei uns am südlichen Eingang. Obwohl ich auf Kakandos Frage am Abend zuvor nicht eingegangen bin, hatte ich ihn mitgenommen. Ihn für meine Feigheit gegenüber der Wahrheit an Blessem zu bestrafen, war wenig sinnig, also kam er mit. Ich hatte mich optisch etwas herausgeputzt, dunkelblauer Umhang mit goldenen Knöpfen. Kaum hatte mich Blessem, die schon bei Altaka stand, entdeckt, fragte sie belustigt, »Wozu hast du denn den mitgenommen?« und zeigte auf Kakandor. Klar, es war unüblich, seinen Stab mitzubringen. Normalerweise wohnte in diesem Jahr auch kein Drache mit Unterhaltungsbedürfnissen. Altaka, ganz edel in einem seidenen Gewand und jede Menge prunkvolle Symbolen und Bildern drauf, versuchte eine plausible Erklärung zu liefern. Er ist in Überlegung, heute auf dem Mondfest sein Talent darzubieten. Und dazu braucht er den. Ich warf Altaka einen vielsagenden Blick zu, als sie schon nachhakte, »Das ist ja cool! Was kannst du denn so Tolles?« Jetzt kam ich ins Schwitzen. Etwa mir fiel sofort eine Fähigkeit außerhalb meiner normalen Tätigkeiten ein, die ich halbwegs beherrschte, oder »Du bist ein intelligenter Wursche. Natürlich bist du daher feuerbändiger.« Der Satz von Rakanda während unseres Trainings schoss mir plötzlich durch den Kopf und ehe ich mich versah, sagte ich, »Ich bin ein passabler Feuerbändiger. Vielleicht werde ich das eine oder andere Kunststück damit machen können.« Somit hatte ich mich gerade wirklich dazu verpflichtet, eine nicht trainierte Fähigkeit fortzuführen. Bei dem Gedanken wurde mir etwas schlecht. Blessem war mit dieser Antwort zufrieden. »Das nenne ich doch mal cool! Ich bin auf deine Feuerkünste gespannt!« Sie streckte ihre Arme nach hinten und hielt sie dort zusammen. Dabei leicht nach vorne gebeugt, sagte sie, »Dann gehen wir doch mal los! Das Fest wird nicht auf uns warten!« Ihr luftiges Kleid flatterte im Wind, als sie sich auf einem Fuß wie in einer Spirale drehte. Das Kleid war weiß, kragenlos und hatte einen angemessen, gering gehaltenen Ausschnitt. Der Rock hing ihr knapp bis zu den Füßen, die wiederum in Sandalen eingepackt waren. Wir gingen ihrer Aufforderung nach und betraten den großen Platz des Atlantanischen Mondfestes. Es gab aneinandergereihte Stände, an denen man alles erwerben konnte, was das Herz begehrte. Süßigkeiten, Schmuck, Alltagsramsch, Glücksspieler, einfach alles. Den Hauptplatz nahmen aber die Künstler in der Mitte der Fläche ein. Dort führten sie ihre Talente und Fähigkeiten vor. Darunter waren Levitatoren mit beeindruckenden Luftakrobatikeinlagen, Kräuterzüchter, die die Schnellwirkung ihrer Tinkturen unter Beweis stellten, indem sie Samen und Pflanzen damit beträufelten, bis diese Reaktion zeigten, zum Beispiel indem sie wie in Zeitraffer abwuchsen, oder auch Elementarbändiger, die mit Feuer, Wasser, Luft und Erde die verrücktesten Sachen anstellten. Bei ersterem wurde mir Flau im Magen. Ich wusste noch nicht, wie ich aus der Nummer wieder herauskommen sollte. All diese Künstler waren in einem abgegrenzten, markierten Feld, um vorbeilaufende Festbesucher nicht zu gefährden. Ich war in der Hoffnung, dass einfach keines der Felder zur rechten Zeit frei sein würde. Leider war Blessem scheinbar sehr darauf erpicht, mich in Aktion zu erleben. Sie tollte zwischen der Besuchermenge und den Künstlern hin und her und hielt nach solch einem leeren Feld Ausschau. Ich neigte mich indes zu Altaka und flüsterte Was soll ich denn jetzt machen? Alles auffliegen lassen? Lass mich nicht nur als Lügner dastehen, sondern mein wahrer Beweggrund, den Stab mitzutragen, wird sich auch wissen lassen, wer ich bin. Statt aber eine gute Ausrede hören zu lassen, gab er mir einen anderen Ratschlag. Improvisier einfach. Lass ein paar Feuerfunken fliegen. Lass Karkandor Feuer speien, ohne dass seine Drachenform sichtbar wird. Irgendwie sowas wird schon reichen. Einen Seufzer abgebend sah ich nach, wo Blessem abgeblieben war. Ich fand sie vor einem besetzten Feld mit einem durchtrainierten und Flammenzeichen bemalten Mann redend wieder. Als ich näher kam, drehte sie sich zu mir um und erklärte mir, Hey, das hier ist auch ein Feuerbändiger und er wäre bereit, dir kurz sein Feld für deine Tricks zu überlassen. Na klasse, da haben wir das Desaster, dachte ich mir. Der Mann sprach zu mir, Aber sicher, es wird bestimmt interessant, mal die Technik eines anderen Feuerbändigers zu sehen. Mir wurde von Sekunde zu Sekunde mulmiger. Der Mann verließ das Feld und ich trat an seine Stelle. Jetzt galt es. Ich musste völlig ohne zu wissen, was ich tat, eine Choreografie entwerfen und diese sofort ausführen. Nicht eine einzige Idee kam mir, während mich Blessem und der Mann interessiert und erwartungsvoll ansahen. Altaka kam auch näher und ich sah in seinem Gesicht, wie er mit mir mitlitt. Das half mir dummerweise in dieser misslichen Lage nicht weiter. Ich brauchte Ahnung in etwas, was ich zuvor nie getan hatte. Und das augenblicklich. Hast du zufällig vergessen, wer oder was ich bin? kam es plötzlich von Krakandor. Ich verstand nicht, was er meinte. Schon vergessen? Ich bin ein Drache? Drachen sind wahre Wunder in Bezug auf Feuer? Lass mir die Kontrolle über unsere Kräfte. Ich mach das schon, befahl er mir. Ich war mir erst unsicher, was das ergab. Doch es blieb mir nichts anderes übrig. So konzentrierte ich mich ganz darauf, Krakandor freie Bahn zu lassen, bei all seinen Gedanken. Erst zuckten nur kleine Funken aus dem Stab. Ich war schon fast soweit aufzugeben und Blessem die Wahrheit zu gestehen. Da brach eine wunderschöne, rot-gelbliche Flamme aus der Stabspitze heraus. Ich schwenkte wie automatisch den Stab in Kreisbewegungen durch die Luft und während immer wieder Stichflammen in den Himmel stoben, veränderten sich stetig die Farben des Feuers. Von rot, gelb, grün, blau, wieder rot und so weiter wechselten sich die Farben immer wieder ab. Ich fühlte mich endlich wieder Herr der Lage. Ein rascher Blick zu meinen Zuschauern verriet mir, dass meine Rettung geklappt hatte. Blessem schaute fasziniert der Feuershow zu und es hatten sich sogar schon weitere Zuschauer zu mir gewandt. Ich vollführte noch eine Weile diese Schwenkungen und dann spürte ich, wie Karkandor mich zum Finale führte. Meine Bewegungen wurden immer schneller und ich verfiel in eine sehr schnelle Drehung um mich selbst. Eine gigantische, königsblaue Flamme schoss gen Himmel und es bildete sich daraus ein hellbrennender Drache. Die Gestalt breitete die Flügel aus und stoß eine große Feuerfontaine ab, mit der sie sich selbst vom Schwanz bis zum Maul aufzehrte. Sich quasi selbst ausspie. Als dies geschehen war, wurde ich langsamer. Mir war unglaublich schwindelig. Aber ich war froh. Nein, glücklich. Ich danke dir, stieß ich in Richtung Karkandor aus und war fix und fertig. Wieder etwas zu Atem gekommen, bemerkte ich erst, was um mich los war. Eine große Atlantanermenge hatte sich von meinem Feld gebildet und applaudierte mir. Das war kaum zu glauben. Statt mich komplett zu blamieren, zog ich eine riesige Show ab. Mein Blick haftete sich an Blessem, deren Augen eine deutliche Sprache sprachen. Sie war hellauf begeistert. Langsam und mit zitternden Beinen gab ich das Feld wieder frei. Der Feuerbändiger sagte, als ich in Hörweite war, das war spektakulär. Besonders etwas wie diesen Drachen habe ich noch nie zuvor gesehen. Deinen Freundin kann sich über so einen begabten Freund wirklich freuen. Ich überhörte einfach mal den Teil mit der Freundin und bedankte mich für das Lob. Anschließend nahm er seine Position wieder an und ich gesellte mich zu den beiden anderen.